So, und da sind wir wieder nach einem sehr, sehr langen Gespräch. Jetzt dürft ihr euch freuen auf eine Doppelfolge von Rocket Leech. So wie es bei Freddy Borg immer ähnlich ist. Und das läuft gerade echt smooth, weil das läuft gerade richtig schüssig. Alles klar, wir haben schon wieder richtige Lappen gegen den Ballen, die einfach nicht treffen. Bezweifle ich. Oh, sauber. Bin kurz hinten. Danke für den 100er-Boost. Wer kommt? Du musst deine sein. Ja, easy. Sehr schön. Ich habe keinen Plan, wo gerade der Ball ist. Dann schalte doch einfach mal die Ballkamera an, wie du es da machst. Boah. Nein, scheiße. Scheiße. Ich habe es doch versucht abzuwählen. Ja, und ich habe auch einen weggerammt oder so ein bisschen den hier jetzt. Pass auf. So, aber war nichts zu machen. Ich dachte, ich komme an den Ball, aber... Nein, 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 nichts. Na ja. Du fährst. Jo. Ballkontakt. Ich hole einen Boost. Schalte bitte diese Ballkamera ein, die gehst du so auf den Sack, wenn du den Ball immer siehst. Nee, auch keins mit Ballkamera kann ich gar nicht spielen. Das ist gerade da mit Köln gut spielen. Boah. Da hat nun holen sie mich auch nicht weggekickt. Oh, das war Nubi von mir. Ich hätte sogar ein Gegenteuer zu dienen, Alter. Nein. Aber nicht mit Timmy. Nein, ne? Hast du den? Sauber. Alles safe. Ich stelle mich kurz ins Tor. Boah. Weißt du, wie knapp das war? Nein. Was ist das? Nein. Nein. Das ist das Gegentor. Das muss es sein. Okay. Scheiße, Alter. Wir haben uns richtig zum Angestellten gemacht. Nee, ist das Wirtschaft bei Road to Goat. Ja, warum? Weil du auch nimmst. Ja, genau. Du sollst diese verfickte Ballkamera einschalten, Alter. Der ganze Eintracht. Du sagst den Ball immer im Blick, du weißt genau, wo ist, du weißt, wann es saugefällig wird. Na, bla, bla, und musst du dir jetzt bieten, weil du sagst. Ich muss den Ball gar nicht suchen, Mann. Du weißt immer, wo der ist. Mit der anderen Kamera habe ich wohl einen Pfeil. Ja, aber du weißt nie, in welcher Höhe er zum Beispiel, wenn du springen musst. Nein, ich wurde weg. Alles klar. Dreh dich doch, Mann. Ey, Fim, Alter, wo bist du, Mann? Wo bist du, Alter? Junge, ich habe mich auf den Kopf gedreht. Ich habe Red Cats gemacht. Oh, scheiße. Fuck. Ja, und du hast ihn noch rein. So weggemacht. Stabiale. Hey, ich habe nichts berührt, Junge. Was bist du denn von Spacken? Und wir suchen die noch wegzufeuern. Aber du... Mann, jetzt sind die Auteurin, Alter. Wirst du, die liegen rein und zurück. Was stehst du denn? Wir sind genau hinter dir, Alter. Und glaubst du noch nach dem Boost, Alter? Nein. Fuck, Alter. Zu früh. Ja, ich bin ganz so schlecht, Alter. Genau wie Tim. Das ist richtig gelassen. Mann, Alter. Ich geh nicht weg. Das ist so gut, Alter. Kommt doch drauf. Bei den Ballern da rum, weißt du, die Ballern sich wieder nicht weg. Und das ist so kein Sinn. Oh, sauber, Mann. Ah. Kriegst du nicht. Kriegst du nicht. Kriegst du nicht. Was? Ich hatte voll einen Boost. Dreh dich doch. Nein. Deswegen will ich, dass du ne Ballkamera anhörst. Digga, guck dir das an. Ich lag auf dem Kopf, du Bauer. Ich hab den Ball kommen sehen. Ich hab den Ball kommen sehen. Ja. Was soll ich da machen, Mann? Ballkamera reinschalten. Willi, Digga. Warte, ich hab den Verteidig, den Chatball, Alter. Kommunikation ist fach, oder was? Warum, Mann? Weil die uns fertig machen. Ach, Quatsch. Weil du immer den Tag vor dem Abend schon lobst, Mann. Du hast immer gesagt, Alter. Jo, haben wir easy Gegner. Sag, deine... Du klaust mir direkt das Tor vor der Nase weg. Du bist so ein Horensaun, Alter. Bist du mir in den Tag, dein mal ganz ruhig und sachlich, mein Freund. Soll ich frisse auf? Bitte? Ich finde die richtig hart in die Fresse auf, wenn du vor mir stehen würdest. Wenn du was? Komm mal, du legst den Ball für die Gegner sogar noch vor, Alter. Komm, gönn mir, gönn mir! Guck sie an. Komm, guck sie an, denkst du. So, nochmal schöne Vorlage gemacht. Du, hättest du keine Ballkameran, hättest du den Ball auch getroffen. Da ist er. Der ist drin. Der ist nicht drin. Ah, der hätte drin sein können. Mach, der wie hier, wenn man jetzt nicht so eingeschnappt, ne? Dann muss ich das halt alleine schaukeln, das Game hier. Scheiße, alle. Okay, Leute, bevor ihr abhaut, alles positiv ist, hat das noch weniger als neun Punkte können wir nicht bekommen, aber ich glaube, wir werden bis zum nächsten Mal schauen. Nee, nee, Doppelfalge. Wir spielen gegen zwei Profis. Warum? Spiel, äh, spielen wir ja. Warum? So, Leute, weiter geht's. Die Niederlage haben verkraftet, gerade so aber. Ich nicht. No, nicht die Arena. Du fährst. Okay. Und jetzt sind wir jetzt nicht gleich in 20, 30 Sekunden, der Gegenwart ist in den Müttern. Das war das für eine Aktion, Alter, weil ich mit den Baden gucken wollte, wo er langt. Eichelt. Das wäre die nicht. Alles. Ah, ich hab' keinen Bock mehr. Steffi, eyle. Come down. Was soll ich hier alleine machen? Der Mann? Eww. Ich fahr. Gut, Leute. Wo sind wir uns, ne? Da ist es 1-1, Stefan. Come back, come back, come back, nigga. Da. Komm mal, allein mit Stefan. Ganz alleine mit dem Tod zu rutsch, ich hab' nicht mehr zu tun, aber jetzt sind wir heute nicht gut. Nein, du hast mich jetzt bereut. Wenn man sieht, es ist gut, du hast gar keine Ahnung, worum es geht. Tim, jetzt. Warum? Alter, ich fahr' direkt auf den Busch, du machst einer auf Spiderman-Meldung, Klaus, wieder weg. Hier, keine Ahnung, was so passt. Ich bin 2-Derman, ich komm mal von der Decke. Und ich bin Uri-Man. Was ist das denn gewesen? Easy win, Alter. Wie ich den verteidigt hab'. Nein. Wie ich den verhauen hab'. Kommt. Wer kommt? Warte. Nein. Mein Gott, ich hätte nicht so weit wegfahren müssen, aber ich brauch zu neuen Busch. Ne, ne? Safe. Vorerst, doch nicht. Oh, Stefan war sauber. Befreiungsschlag hab' ich gemacht. Unsaubere Schuss, Alter. Mach mal ne mal. Oh mein Gott. Alle sind vorbeigefahren. Bam. Das ist ja scheiße, wie der Hund, ne? Nein. Oh, fuck, Alter. Ich hab' die falsche Taste gedrückt, ich wollte boost. Und dann hab' ich auch so den Spring gedrückt, oder so. Keine Ahnung. Hau' dich in die Mitte rein. Fuck. Scheiße. Oh, 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 oh. Safe. Ne, ne? Nicht safe. Du legst ihn vor. Oh, fuck, Alter. Dein Ernst? Dein Ernst? Scheiße. Guckst du dir an? Bei 2.5. Wann sind jetzt? Schnappsag. Null. Schuld. Hier. Guckst du dir an, was war das? Fuck, Alter. Ich hab' dir auch nicht richtig getroffen. Was hast du getan, du, Munsohn? Du fährst. Ich darf nicht aufregen. Buhu, man. Jawohl. Genatzt. Noch mal genatzt. Ich bin Mittelfeld. Safe. Fuck. Hörschön. Alter. Ball. Was tut du? Boah. Hast du? Nice. Töne. Nein. Boah. Oh. Schwere Lirror werden uns geklaut, Alter. Digga, was ist denn fest mit rein? Nee, ne? Ich wurde Tommy gekickt ins Tor, Alter. Warte, lass. Nein. Ich muss gerade sagen, dass wäre so unverdient, ne? Das wäre so unverdient. Das ist richtig gewesen, dass du den Korb. Das ist doch nicht. Warum, Alter? Lass uns doch lieber gewinnen, anstatt hier rum zu jammern. Wäre das Torma. Oh, was? Ja. Können wir sehen, wie ich savee. Nee, ne? Den haben wir nicht. Boah, weg. Der verspiele ich gerade mit Scheiße. Ich entschuldige mich bei allen Zuschauern dafür. Das ist einfach, äh, und das ist nicht nur. Das ist professionell, was wir hier zusammenspielen. Gerade das. Der ist doch drin. Der ist sauber, Steffi, Alter. Digga. Sauber. Vorlage sogar noch. Boah, guck dir das an. Weiß, ich fahr schon extra weg, weil ich dachte, gut, der geht jetzt rein. Aber nein, ein Wichser lenkt ihn auch gegen Pfosten und du hast eine freie Fahrt. So, ich bleib hinten. Weil ich hinter dir stehe. Mach jetzt kein Bullshit mehr. Warte, warte. Keine. Ja, das ist es. Digga. Wir sind einfach Road to Gold. Road to Gold. Road to Gold. Road to Gold. Digga, wie ich gesagt habe. Das war's. Wir bleiben hinten. Warte vor. Wir werden jetzt mit beiden reinfahren, der Junge. Nee, doch nicht. Bleib du hinten. Bleib du hinten im Tor. Oder so. Sauber. Der geht rein. Der geht rein. Totale Demidigung jetzt. Nice, Alter. Tim, wir sind zurück. Wir sind zurück. Wir sind einfach zurück. Wir sind back. Erste Ballkontaktnummer. Paar Points. Oh. Nächster Torschuss. Nice. Alles klar. Ganz easy. Gut, Leute. Jetzt aber. Das war unser Doppelmatch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Ich meine, was möchte man mehr, oder? Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.